Wir sind da eine Runde, wir treffen uns jetzt schon 40 Jahre. Einmal im Jahr kommen die Musikanten hier zusammen. Wir waren drinnen bei der Galogensoft, jetzt sind wir schon mehrere Jahre bei Noto da. Und das läuft toll, weil einmal im Jahr treffen wir uns und da spielen wir einen Tag auf. Nichts von Raal den Herrn, aus uns an Ehre bremsen. Und da hat sie bringt uns hin und sie ja heit. Und ich freue mich auch wie jedes Jahr, dass alle kommen, meine Bad Brucker, Freund, Rheinbacher, vielleicht alle sind da, es freut mich narrisch, dass sie immer wieder kommen, wir haben fast immer Schirchsweder, aber sie machen ein schönes draus für alle Gäste und die Gäste sind happy, also es freut mich wirklich, danke an alle, was da mit tun, vielen, vielen Dank, liebe Grüße von Valerias. Was wird das für Kummer sein, alle Mädchen werden keinen, trinkt raus, schenkt rein, nun sind die Lage der Jugend vorüber, nun lasst es froh und fröhlich sein, wir zeigen, wir kennen die Lieder, trinkt raus, schenkt rein, wir zeigen, wir kennen die Lieder, trinkt's aus, schenkt's ein.